Hallo, der Marc von Lechowin ist hier und bei mir sitzt die Vanessa. Haben wir da gewesen? Haben wir das hier schon Video gemacht, Vanessa? Nein. Noch nicht? Erstmal? Gut. Also, was wollen wir machen? Wir werden jetzt heute zwei Urlaub feststellen, normale Lobe-Tiercings, aber auch immer wieder Spannung, der auf uns mehr an das achten muss. Und dann brauchen wir noch oben dein jetziges aus, auf ein normal medizinisches Tiercing, also die Taten, die wir hier verstanden haben. Gut. Hast du Fragen, Vanessa, vor? Nein. Dann bereite ich mal alles vor, ich mache das fertig auf. Und dann geht das Ganze ganz gut. Und wie geht's dir sonst? Gut? Wie laus, sehr gut. Sehr gut? Ja, sehr gut. Trotz Kugeln, alles gut? Ja. Was machst du? Haushilfe, also ich bin nur zu Hause. Ja. Und Freizeit quasi viel? Ja. Oder ich gehe rein. Auch schön. Also als Frau Kinder. Ja, auch gut. Gut. Und dann wird auch das. So viel Schmuck, Herr. Meine Frau. Was möchte ich denn haben? Willst du später mal eher Stecker oder eher Ringe oder so, wo das ausgewandelt abstehen? Weißt du, weil du das so spielst, hier ist so ein riesen Infinity drin, dass wir jetzt so einen Stecker, sollen wir es eher weiter auseinander machen und eher weiter weg? Also damit ich meinen Ring und deinen Stecker rein gehen kann. Beiß. Und trägst du jetzt eher so große Sachen oder ist das jetzt eher normal? Ja, also immer so. So wie der? Ja. Dann können wir die große wieder nicht? Nein. Gut. Dann müssen wir abziehen lassen. Ja. Ja. Okay. So. Dann fahren wir uns mal dein Ohrlöpchen an. Auf den hinten. Oder meist. Mit Doppelläpchen. Macht Spaß. Ach so, meinst du, das ist über? Ja. Ja, das macht ja nichts. Okay. Nein, das ist ja nichts. So ein Überaufsitzender, das ist. Nicht schlimm. Okay. So. Wichtig, das untere Ohrlöpchen, das jetzt drin ist, was ist das für Material? Wir fühlen sie, oder? Ja, also ich glaube, das ist Modeschmuck, also kann ich nicht. Komm aus. Ich zeige dir gleich mal in den Treffen. Raus. Weil. Boah. Ja. Also sowas ist nicht immer gefährlich. Ja. 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 Wenn du jetzt was, weil du was drin hast, was so Modeschmuck ist, oder wie du nichts drauf irgendwie hast. Hier oben, oder irgendwas, dann fühlst du noch mittelhaltig, oder Broschmühle, wirklich gefährdet. Dann gibts da mega Entzündungen. Und natürlich kann es das Malkier sind. Wegen der mittelgehand von der Fall. Deswegen ganz wichtig ist, dass die Extrusionen uns nicht tragen. Es darf nur was rein, was die Tarn voll Silber. Ja, das ist okay. Wenn du magst, ich kann ja auch dafür unten eine Tarn gegeben von uns. Ja. Das wäre das schönste. Dann kann man ja schön da reinmachen. 4mm, 3 und 2,5. Dann zippt's auch schön. Okay, darfst du. Dann machen wir das. Bitte dann. 1,4. Dann musst du Abitur machen, die ist ja nicht, oder? Bitte, ne? Abitur musst du nicht machen, oder? Nein. Ja, dann machen wir das. Was machst du für eine Schule? Normalerweise gehen eigentlich? Nein, ich gehe in die Landwirtschaft, die Fachschule in Halle gewohnt. Ja. Ja. Hast du noch viele Prüfungen, oder? Also jetzt dabei nicht. Aber vor Corona schon. Okay. Machen wir weiter, ich darf nachher wieder rein? Ja. Warte, ich würde dich reinnehmen. Es ist dann einfach für die Neunlöcher und rund um die Militärkulze kippen. Genau. Echt. Ja gut, durch Corona war das nicht sehr, eigentlich ein sehr spannendes zweites Schuljahr, würde ich sagen, oder? Ja. Haben wir was dazu gehören, oder? Ja. So, dann. Jetzt müssen wir dir mal den Zwickern nehmen. Und oben machen wir auch dein neues mal, ne? Ja bitte. Was für Bestimmungen bist du geworden? Im November letztes Jahr. Okay. Sehr schnell. So. Dann messen wir mal raus. Ich sehe keine Länge. Abstand von dem jetzigen noch. Nicht zu weit weg. Einmal. Dann machen wir den Abstand vom zweiten zum dritten etwas geringer. Das ist einfach noch viel schöner. Ja. Ja, finde ich gut. Dann zeigen wir den Spiegel. Brilliert raus. Sieben Millimeter und dann noch sechs runter reduziert. Dass es einfach schön kontakt ist. Ich finde es sehr schön. Okay. Ja, passt. Passt das? Ja. Okay. Ja. So. So. Endlich. Und dann können wir oben auch noch klein aufzeigen. Dass wir alles ... ... ein kleines wechselt haben. An dem oberen gab es sonst keine Probleme, oder? Außer halt, dass es mal ein bisschen entzündet, so einen Weg gefahren hat. Kann aber bitte auf dem Steger liegen. Ja, okay. Nach dem, da hat man einfach mehr Spannung drauf, und das kann man mehr sein. Okay. So, damit sind wir nun mal fertig. Alles klar? Fangen wir an? Ja. Dann nehmen wir es an. Ein bisschen ein Klaus abholen, damit wir das schön sehen. Immer da durchfetzen. Die flimmern, gell? Das war es mit der Klaus abholen. So, nachdem ihr es nicht? Okay. So, mit dem Klaus abholen wir es. Keineit, die natürliche Halt auf dem Klaus abholen wir es. die Tiefels. Die Tiefels. Die Tiefels aus. Die Tiefels. Die Tiefels. Die Tiefels. Das war's für heute, das war's für heute. Super. Super. So. Hast du schon mal ein Bara? Ja. So. 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 sehr schön so wie geht es dir sehr gut das geht super dann da ist ein spiegel meine liebe ich bin sehr schön geworden ich bin auch in kombination mit dem abgesteckte alles kann man jetzt die vierkugel der dreier und drei sehr schön sehr elegant das passt einfach zu dann schaust du noch mal schön oder ja jetzt machen wir mal kurz von hinten schön super also Alles gut? Ja. Perfekt. Ich habe gerne mal die Pflege gemacht, aber das werde ich schon kennst. Wenn es da zur Sicherheit ist, wie ich einmal mehr gesagt habe, zu wenig. Du musst die Hände überwaschen und desinfizieren. Du musst dir nicht merken, weil es dein Spitz ist und alles schriftlich noch einmal nicht. Der erste Schritt sollte sein, dass du deine Hände wäschen und desinfizierst. Wenn du das gemacht hast, nimmst du bitte den Frontal-Limtspray. Ruh dir von dem Spray das 2-3 Sprühe aufs Ohr drauf, vorne und hinten. Lass den Spray kurz einwirken 30 Sekunden. Das brauchen wir für die Einwirkzeit, damit es antivaktuell wirksam ist. Ja? Ja. Danach nimmst du dir bitte eine Küchenrolle. Die Küchenrolle spürst du auch mit Frontal-Limtspray ein. Wenn die Küchenrolle ein bisschen feucht ist, wischst du bitte vorne und hinten. Die Ohren führen immer sauber. Das kennst du vom Oberen. Mhm. Wenn das Oberen gerade zicken, macht du dich einfach auf einmal auf und schaue, ich denke gar nichts, dass die Küche hier im Zweifel mehr machen. Okay. Dann landest du vorne mit dem Gel. Da halst du den Kopf noch auf den Fingers. Du schruchst das Frontal-Limtspray auf. Du wirst zwischen vorne und vorne zurückkommen, das war's. Okay. Nicht dran gehen, nur schieben, das war wichtig. Und sonst, Haare treiben ganz wichtig, sechs Wochen absolut kaputt. Saunas allein darf ich bei den Kindern drei Wochen nicht. Duschen, Haare, Sport und den Morgen gehen. Okay. Gut. Und wie oft soll ich das machen? Weitere. Das. Die nächsten drei Wochen zweimal am Tag und andere Woche einmal am Tag. Okay. Sechs Wochen lang. Ja. Immer der Spray dann geht. Ja. Und vom Geh-Wenige, Esmeh-Devise, nicht zu viel nehmen, sonst kann es Entzündungen gehen. Wenn es nicht entzündige Entzündungen ist, dann lebt das Ganze. Wenn es dazu beginnt, dann ist es alles wie, uh, dann tickt das, ist es ein Schatz. Okay. Ganz wenig, ganz dünn, das soll ein Zinn und Fett. Ja. Gut. Dann gebe ich das mit. Hast du noch Fragen? Nein. Gut. Dann sei gleich über das Kommen. Hat dich gefreut? Danke, dass wir dich filmen durften. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich melde euch. Und du natürlich auch, jederzeit in sechs Wochen, die wir uns zum nächsten Mal kontrollieren. Super. Tschüss. Baba. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.